Guten Morgen aus Mainz an diesem 30. November. Gutachten zur Mainzer Eissporthalle liegt vor, Jazzfestival Bingen swingt, kommt zurück und weitreichender Stellenabbau bei Opel. Das und mehr heute im Podcast. Wie geht es mit der Mainzer Eissporthalle am Bruchweg weiter? Das Gutachten, das über die Zukunft entscheiden wird, hat drei Varianten betrachtet. Eine Sanierung, ein Neubau mit Interimslösung und ein Neubau ohne Interimslösung. Dabei ging es darum, welche Variante welche Kosten verursacht und welche Vor- und Nachteile es gibt. Größte Baustelle der im Jahr 1978 erbauten Halle ist das Dach. Das wurde in den Ausführungen des zuständigen Gutachters deutlich. Das Wasser laufe in die Halle hinein und die Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion führe dazu, dass die Tragfähigkeit des Daches nicht besser werde. Bei der Sanierung rechne man mit 18 Monaten Planung und 48 Monaten Bauzeit, weil die Maßnahmen im laufenden Betrieb durchgeführt würden. Ein Neubau wurde vom Gutachter mit je 24 Monaten Planungs- und 24 Monaten Bauzeit veranschlagt. Die reinen Planungs- und Herstellungskosten für eine Sanierung würden gerundet bei 12,8 Millionen Euro, die für den Neubau mit Interimslösung bei 9,8 Millionen Euro und die für den Neubau ohne Interim bei 8,4 Millionen Euro liegen. Mit einem Neubau könne man eine höhere Qualität erreichen, erklärte der Gutachter. Aufatmen im Michelin-Reifenwerk in Bad Kreuznach. Der Standort ist nicht von den angekündigten Strukturierungsmaßnahmen der Michelin Group betroffen. Die Entscheidung dazu wurde diese Woche offiziell. Drei Michelin-Werke in Deutschland werden ihre Produktion schrittweise einstellen. Hohe Inflation, steigende Produktionskosten in Deutschland, verminderte Wettbewerbsfähigkeit werden unter anderem als Gründe genannt. Das Bad Kreuznacher Reifenwerk jedoch ist in der Michelin Group von richtungsweisender Bedeutung für die führende Automobilindustrie und deutschen Automobilhersteller. Bad Kreuznach ist demnach das einzige Michelwerk deutschlandweit, das PKW-Reifen produziert. Die Mitarbeiter in Bad Kreuznach waren erleichtert, dass sie nicht von der Reststrukturierung betroffen sind, sagt Werksdirektor Cyril Bowe. Im Moment sei auch nicht geplant, Arbeitsplätze in Bad Kreuznach zu reduzieren. Es gehe im Gegenteil darum, alle Arbeitsplätze zu erhalten, so der Werksdirektor. Michelin wolle zudem weiterhin in den Standort an der Nahe investieren. Beim Brand in einer Wohnung in Mainz-Weisenau ist am Mittwochabend ein Mensch ums Leben gekommen. Das Feuer sei im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Donnerstag. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und entdeckte dabei eine Person, für die jede Hilfe zu spät kam, wie die Einsatzkräfte mithalten. Am Haus entstand, abgesehen von der Brandwohnung, kein weiterer Schaden. Auch weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Das internationale Jazz-Festival Binge & Swinked feiert 2024 sein Revival. Jazz am Mäuseturm sollte zwischenzeitlich als neues Format etabliert werden, floppte aber 2022. Die Traditionsmarke Binge & Swinked soll nun wieder vom 14. bis zum 16. Juni die Erwartungen der Gäste besser erfüllen. Hochkarätiger Jazz auf fünf Bühnen an drei Tagen. Außerdem am Speisemarkt eine Bühne, wo Musik bei freiem Eintritt genossen werden kann. Und die nach den Tagen gestaffelten Eintrittsbändchen kehren auch zurück. Binge & Swinked ist nach wie vor ein Name auch überregional. Das sollten wir nicht einfach wegwerfen, sagt Jens Thiele, Geschäftsführer der Tourismus und Kongress GmbH. Der Entschluss sei gefallen, auf Bewährtes zurückzugehen. Dabei ist aber auch Neues angedacht. Die Planungen sehen derzeit vor, die fünfte Bühne mit Rock und Pop zu belegen, um den Kreis der Zuhörer zu erweitern. Das ist aber derzeit noch eine Frage der Finanzen, so Thiele. Das Festival solle perspektivisch aber auch für weitere Zielgruppen geöffnet werden. Betriebsrat und IG Metall laufen Sturm gegen das Management von Opel. Immer mehr Tätigkeiten würden ausgelagert, um Jobs abzubauen. Die Abteilung Computer-Aided Design, kurz KAD, wird offenbar geschlossen, weil Opel die Tätigkeiten an Fremdfirmen vergibt. Demnach wurden Ende September Beschäftigte aus dem Bereich KTM Engineering über die Fremdvergabe ihrer Tätigkeiten und die geplante Schließung des KAD-Bereichs informiert. Doch das soll nicht die einzige Abteilung sein, in der Opel an seinen deutschen Standorten so vorgeht. Laut IG Metall Vertrauensleuten bei Opel in Rüsselsheim sind davon weitere Bereiche betroffen. Und zwar der technische Support für die Händler, der in der Vergangenheit schon einmal ausgelagert worden war, dann aber wieder ins Unternehmen geholt wurde, die IT sowie der sogenannte After-Sales-Bereich, der Service nach dem Verkauf eines Autos. Insgesamt kommen die Vertrauensleute auf rund 200 Beschäftigte, deren Arbeit an andere Unternehmen fremdvergeben wird. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.allgemeineszeitung.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de. Gude Rheinhessen ist eine Produktion von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier. Gude Rheinhessen ist eine Produktion von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier.